Luxus für 765.000 Euro. Wie krass so ein Liner von Concorde aussieht, das zeige ich euch jetzt. Basis ist ein Mercedes Actros, das heißt ihr braucht einen LKW-Führerschein und es können vier Menschen mitfahren. Wir haben hier eine vollwertige Küche mit Spülbecken, mit Herd, mit Geschirrspüler. Wie cool ist einfach dieses ausziehbare Fach für die Kaffeemaschine oder die Bar. Hier haben wir einen Ofen, einen Kühlschrank und Apotheker-Schränke. Ich stehe hier in einer normal großen Dusche mit Marmor-Optik-Regendusche. Dann gehört natürlich Fußbodenheizung zum guten Ton. Wir haben hier ein Keramik-Klo und dahinter ist ein Handhochheizer. Und jetzt sind wir im Herdstück. Ich meine, wie cozy ist das denn hier? Wir haben hier natürlich einen Fernseher, ein richtig geiles Soundsystem und hier drunter ist auch noch ein richtig geiles Feature. Hier passt nämlich einfach ein ganzes kleines Auto mit unten rein. Und wenn wir haben...